hallo minecraft willkommen zur nächsten folge minecraft captive folge 8 hier schneit es immer noch wie in der letzten folge in der letzten folge haben wir eine monsterfalle gefunden und recht weit unten ich glaube auf höhe 90 oder so wir sind ja hier auf 227 auf höhe 90 haben wir noch keine ahnung irgendwas anderes gefunden so eine andere so ein anderes gebilde keine ahnung was da abgeht wieso das war ist was wir damit anstellen müssen vielleicht gibt es immer ein buch oder so wo uns das erklärt das wäre wenn ich mal cool weil ich habe keine ahnung ich habe hier mal noch ein paar bäumchen dann können wir hier mal noch ein bisschen häusle ausbauen wenn man da hoch springen ja gut dann lassen wir das nämlich noch so offen außerdem haben wir hier ein getreide so das ist gut das ist richtig gut das ist so richtig richtig gut so neun weizen sind drei bote glaube ich oder ja wohl oder pizza 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 da ist es ja hier warte mal von der kohle tun wir mal ein bisschen was weg hier so gut im mit eisen lassen das können wir hier lassen eros kommen hier rein wir machen jetzt mal noch ein paar und rode damit man hier noch reiseproviant machen können so 10 10 10 dings da weizen bringen uns halt nicht wirklich erst 12 hätten wir gebraucht 12 kriegen wir aber nicht egal egal besser wie nichts besser wie nichts so lass mich mal kurz noch ein bisschen orientieren also noch mal nach unten und wir kümmern uns jetzt erst mal glaube ich um die monster falle haben wir nur gefunden weil ich eigentlich kann es da und wird streppenstufen abgebaut hat aber ja so ist es halt ist nun cooles coole geschichte jetzt mal gucken wie man da runterkommen ohne dass nur gleich wieder hops gehen gucken mal ob wir uns da vielleicht irgendwie rübergraben können wir müssen wir müssen die den spawner zu bauen mit fackeln ok da ist die wand vom spawner dazu ja jetzt sah ein bisschen offen aus melonen sagen wir können auch so die kisten einfach ausbinden eine fackel haben wir mal 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 Ach, die sind da runtergefallen. Die kommen gar nicht mehr hoch. Ist ja witzig. Sind da oben auch noch Zombies? Wir leuchten einfach mal aus. Eisen gibt's hier. Eisen. Können wir jetzt bald eine volle Eisenrüstung machen? So. Zombie down. Und wir können hier das Eisen anbauen. Wir müssen ein bisschen vorsichtig sein, ob sich da nicht noch andere Mobs verstecken. Ach ne, und an die Kiste kommen wir nicht dran. Ist ja doof. Verdammte Axt. Das ist jetzt ein bisschen ärgerlich. Du, du, du. Wir gehen mal runter. Ah, hier war unsere Basis. Nochmal so ein bisschen Zeug rein. Falls wir sterben. Können wir nämlich dann hierher zurückkehren und es einfach wiederholen. Melonenzahn. Ist ja toll. Ist ja dohl. Au, au, au. Wie das immer am Kopf haut. So, ich werde jetzt unten noch ein bisschen weiter buddeln. Ich muss irgendwie ganz weit nach unten geraten. Es dauert immer so lange, deshalb beschleunige ich das jetzt wieder. Und wir sehen uns dann... Ach, stimmt ja. Hier war ja der andere Raum. Seedellenton. Aber was muss ich hier machen? Ich weiß noch nicht, was ich hier machen muss. Das müssen wir noch rausfinden. Wenn es ihr wisst, schreibt es in die Kommentare. Schreibt in die Kommentare, was wir in diesem Raum machen müssen. Das ist wieder sehr ungeschickt, was ich hier mache. Weil... Ähm... Es sind da Zombies. Ist da eine Höhle links. Dann haben wir die A-Karte. Ah, ich hätte noch ein paar Stufen machen sollen. Dann haben wir nämlich schlechte Karten. Weil... Die Zombies dann... Ach nee, jetzt müssen wir alles wieder hoch. Oh, die Basis ist aber ein bisschen arg weit oben, meine ich. Wir machen unseren Crafting Table. Ist egal. Brauchen wir sowieso früher oder später vielleicht. So, also... Wir gehen nach unten und bauen weiter unseren Weg nach unten aus. Und hoffe, dass ich bald mal so tief bin, dass ich eine kleine Chance auf Diamanten habe. Sooo... Wir sind wieder da. Und... Ich habe was unglaublich cooles entdeckt. Nämlich einen Minenschacht. Nämlich einen Minenschacht. Nämlich einen Minenschacht. Und einen Minenschacht, der gibt uns so viel, das glaubt ihr gar nicht. Weil... Es ist glaube ich ein Achievement, eine Schiene zu bauen. Ok. Ne... Ne... Nein... Mit Minecraft eine Strecke zu fahren, ist glaub ich ein Achievement. Und das können wir hier vielleicht auch machen. Aber nicht so weit. Das ist egal Nein Stirb, 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 stirb Oh, und da ist noch ein Creeper Ich weiß nicht, was hier noch alles für Zombies rumrennen Was ist denn jetzt schon wieder? Da ist schon wieder irgendwas gebaut Oh, oh Da ist schon wieder irgendwas gebaut Ey, ist ja abartig hier Was man hier alles entdecken kann Nehmen wir mal ins Eisen nicht Oh, ich hoffe, dass ich da unten jetzt nicht in die Lava falle Da ist gar nicht Lava Boah, ja klar Da ist das Ende Das Portal zum Ende Aber da kommen wir ja noch gar nicht hin Das ist ja noch Bis wir da sind Da ist das Ende Oh, da ist ein Bogen Ähm, ein Ding da Spawner Da können wir wieder keine Hä, warum können wir da Gehen wir weg da Okay Wir haben das Enderportal zum Ende gefunden das ist schon mal ist schon mal eine coole sache ja da unten ist das portal zum ende das heißt also ihr seht es hier warte ich geh nochmal dahin nein das ist es portal zum ende tschüss geht brennen geh aufbrennen nein ich dachte das war's jetzt das wäre geil wenn wir hier noch ausleuchten können wo sind die ganzen Dingsda Viecher hin nein jetzt aber oh nein jetzt läuft die Lava aus komischen Viecher komischen Viecher Oh, wie ich die Fächer hasse, die sind immer so aggro, was ist jetzt, warum ist da jetzt? Wir pflanzen hier jetzt noch ein paar Fackeln hin, in der Hoffnung, als die ganzen Zombies hier nicht mehr so spawnen, wir könnten aber, warte mal, genau das hatte ich vor, wir bauen uns da jetzt eine Brücke rüber, dann können wir da nämlich noch ein paar Fackeln platzieren, hoffentlich ohne Angst haben sie müssen, dass wir drauf gehen, da ist auch ein Enderman, ey, krasse Sache, also wir haben das Portal zum Ende gefunden, Heißt natürlich, wir haben es ein bisschen einfacher, ja? Ich hoffe, hier spawnen jetzt nicht mehr so viele komische Dings da, Zombies, äh, wie heißen die? Ja, so, nein, nein, wie kommen die denn jetzt hier hoch? Ah, hier, ich steppe... Scheiße! Nein! Scheiße! Nein, nicht in die Lava! Oh, verpisst euch! Geht weg! Geht weg! Nein, 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 nein! Oh, oh, oh! Fuck, Mann! scheiße ich muss jetzt gleich wieder runter weil sonst sind meine ganzen sachen weg meine ganze rüstung und alles habe ich noch eisen ohne alles weg scheiße man und ich habe keine blöcke ich muss blöcke mitnehmen auch das ist ja wirklich kacke jetzt ich habe keine waffe ich habe kein holz ich bin voll das opfer mann ich habe voll verkackt alter mann ich wollte gerade die folge beenden eigentlich aber ich habe unten glaube ich ein bisschen holz gelassen dann können wir uns wenigstens ein steinschwert machen mehr eisen müsste auch noch da sein und der weg ist so lang nein verpiss dich man hau jetzt ab habe keinen bock auf euch ja scheiße ist da noch ein monster spawner was los stürm alter falter das war echt schmier einstecher nicht so drauf die sind noch beide zu gut ein bisschen essen haben wir noch das nennt man jetzt und dann beende ich die folge hier ich habe es geschafft meine sachen wieder zu holen aber mehr auch nicht und wir sehen uns dann in der nächsten folge wieder ich bedanke mich bei euch fürs zuschauen warte mal wo war denn zur base will ich jetzt ich will erst nur zur base weil ich habe noch ein haupteisen glaube ich in der tasche und die base verlege ich noch ein bisschen nach unten das ist ja schon wieder ewig weit nach oben so ich gehe jetzt noch mal nach unten platziere die sachen hier und dann sehen wir uns in der nächsten folge auf jeden fall wieder hoffe ich doch wenn es euch gefallen hat dann lasst mal einen daumen nach oben da oder sowas in der art und würde mich freuen dass man gucken hier ok da war der zug ding hier haben wir noch platz machen wir hier das sind wir auch gleich beim ende portal end portal das ist eine gute idee glaube ich und wenn nicht dann wird sich noch zeigen aber ich hoffe doch dass es gut ist so oben ist der crafting table wir könnten uns jetzt noch ein paar packen wir wollen auf nummer sicher gehen wo sind die hin so also vielen dank fürs zuschauen bis zum nächsten mal ciao minecraft